Hi und willkommen zu einem weiteren GarageBand Step-by-Step, wie du von einem Anfänger zu einem Pro-User wirst. In diesem Video erkläre ich dir den Drum Sequencer. Viel Spaß! Hier links unten kannst du die unterschiedlichen Drums auswählen. Gleich daneben findest du unterschiedliche bereits vorprogrammierte Pattern. Bei der Aufnahme kannst du auch diese ändern. Deine Änderungen werden ebenfalls mit aufgezeichnet. Beim I-Punkt kannst du die Pattern einstellen, in welchen Anzahlen bzw. Rhythmus dein Beat erklingen soll. Wenn du jetzt auf Anschlag wechselst, kannst du die Lautstärke der einzelnen Kicks, Slabs etc. ändern, indem du mit dem Finger nach oben oder nach unten ziehst. Tippst du nochmal und hältst den Finger, vergrößert sich die Einstellung. Beim Notenwiederholen kannst du ebenfalls die Anzahl steuern, indem du deinen Finger nach oben oder nach unten ziehst. Bei Häufigkeit kannst du einen Zufallsgenerator kreieren. Ist das Feld ausgefüllt, erklingt es bei jeder Wiederholung. Je kleiner das Feld wird, umso geringer wird es angespielt bei der Wiederholung. Bei Loop Start Ende kannst du bestimmen, wo das Instrument anfangen oder enden soll. Das war es auch schon zum Drumsequencer. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass doch jetzt einen Daumen nach oben. Wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, dann am besten gleich ein Abo. Die Glocke nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.